Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Show Planet Köfter Gehts jetzt weiter Da geht ja mal wieder was ausprobiert haben Wir haben ja hier oben die Hörbüren Hier habe ich keinen Schrank drin Hier habe ich keinen Schrank Ich wollte mir mal was ausprobiert haben Ich wollte mir ja oben was hinter mir ausprobiert haben Oh mein Oh mein Ja Wir sind in der neuen Post. Das ist jetzt mal so. Und das war jetzt aus Momento. Ich glaube, was handposten eigentlich. Ich weiß nicht. Ich muss noch mal aufnehmen. So viel ist es. Viel ist nicht gut. Hier ist er Platz genug. Viel läuft hier unten. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 10. 11. 10. 11. 11. Ich kann ja möglichst so hin, dass er funktioniert. Ich will den Schulten, den lasse ich mal hier drüber gestalten. Ja, aber... Da fängt er bestimmt aus, wenn man mit dem rauskommt. Ich bin mir in der Führung. Es fehlt jetzt aber noch ein Bordobor. Ne, ich kann es auch nicht. Ich bin heute hier mit dem Führungszweck gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 Blitzschirm Obagnosium Ziton 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 Was müsste ich denn Da muss man gehen, oh ja, was ist mir wohl hier? Da war halt hinten noch die Höhle. Das muss man ausprobieren. das Ich würde schon mal, wenn sie meine Stoffe drückt, also nicht bei den Stoffen drückt. Die Stoffe drückt, also mit der Stoffe drückt, also mit der Stoffe drückt. Wir denken hier, er macht das Irrigieren. Scheinlich. Das macht mich schmucklich rein. Das ist schon gut. Dann macht er nichts Irrigieren. Und hätte nicht noch ein paar andere sein. Das war's für die Drohärer. Das war's für die Drohärer. Und das war's für die Drohärer. Das war's für die Drohärer, für mich. Oh, das ist ein Schwimmerschiff. So, wir kommen aber noch mit hier. Ja, hallo. Verlegerung. Ah, ja, ja, ja. Da geht mehr so bei mir wieder nach. Dann geht es mal so bei mir wieder nach. Das ist nicht so bei mir. Das war's für heute. Ich will doch mal ausprobieren oder nicht. Das sieht natürlich nicht so ausprobieren. Wir können nicht weg. Man muss die Hälfte von uns ausprobieren. Die Hälfte von uns vor allem, und die in den Glocken. Das ist ein Schmerz. Der Schmerz ist nicht so gut. Der Schmerz ist nicht so gut. Das kann ich schon wieder aufholen. Das wird ein Dior geben. Schauen wir uns schon, was die Spuren füllen. Ich bin drunter schon was bei den Sand füllen. Wo ist die Gämmung? Die Gämmung? Oh, wasser? Ich habe hier eine Osmone. Ich habe hier eine Osmone. Oh, das geht dann wahrscheinlich nur mit dem Tilt rückwärts. Ich muss das nicht vermissen. Wo schmilzt er? Du schmilzt auch 5 Akkord erst. Ich habe das raus. Okay, da steht er das raus. Warum ist das aber sicher nicht erwischt? Das war das Radiusz. Ich nehme die Schrift und bekomme ich. Was ist die Schrift? Der Schrift? Der Schrift? Ich nehme die Schrift? Wann im Kurs? Ähm... Wann ist das? Wann im Kurs? 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 What will you do? Wann imех? I have to go with us. Das ist doch eine sehr gute Idee aus. Was weiß doch also. Schauen wir hier mal Licht aus. Ich glaube, das ist die Vorbereitung. Ich schließe hier so ein Punkt. Ich glaube, ich habe hier auch Licht. Und jetzt... ...drucken... 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 Und dann geht's weiter. Ich bin der Fall. Das ist ein bisschen zufrieden, aber es hat ja nicht mehr Das ist ein bisschen zufrieden, aber das ist ein bisschen zufrieden Was ist das? Und jetzt wird das auch wieder aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020